Am liebsten buchen die Leute Touch-Life-Massagen, die sich über den Körper eine Entspannung gönnen möchten, die wissen, dass nur wenn sie sich bei einer Sache wohlfühlen können, dass sie dadurch auch ihre Entspannung finden. Das sind Leute, die Massagen wünschen, die nicht weh tun, sondern solche, die gut tun, die ernst genommen werden möchten und die vor allen Dingen das Gefühl brauchen, dass sie als Mensch gesehen und behandelt werden.